Es ist aber schuld. Zu wenig. Wir haben klar gesagt, dass wir die drei Punkte holen wollen. Wir haben in der ersten Halbzeit schon die ersten 20 Minuten klar dominiert und dann haben wir das Spiel kommen lassen, weil wir einfach nicht so gallig waren, dass wir dann einfach weiter pressen und weiter die unter Druck setzen. In der ersten Halbzeit, finde ich, haben wir es ganz klar in Hand gehabt. Wir waren wach, wir waren agil, wir haben den Gegner unter Druck gesetzt, hat keine Lösung gehabt. Nach 20, 25 Minuten hören wir plötzlich auf damit und denken uns vielleicht, es geht von alleine, aber es ist nicht so. Wir kommen eigentlich gut raus, machen das 2-1, dann hast du eigentlich das Gefühl, dass du wieder dran bist, dass du das entscheiden musst. Dann verfallen wir wieder in ein bisschen Lethargie. Richtig bitter im Nachhinein. Wir haben super gestartet, haben gleich das 1-0 geschossen. Dann haben wir es leider verabsäumt, dass wir weiter draufgeblieben sind und kriegen dann eigentlich aus nichts ein bisschen einen Ausgleich. Zweiter Halbzeit genau das Gleiche. Wieder gut angefangen, wieder in Führung gegangen und wieder aus nichts einen Ausgleich. Also es ist richtig bitter. Wir hätten es natürlich früher entscheiden können oder müssen. Dass wir die Tore dann auch so bitter kriegen, ist natürlich auch schade. Da müssen wir einfach hinten besser verteidigen und fuhren, unsere Chancen nutzen bzw. besser fertig spielen. Das ist einfach zu wenig. Natürlich sind wir am Anfang der Maserschaft und wir müssen es erst finden, müssen es entwickeln, aber das darf kein Ausritt sein. Ich glaube, wir müssen jetzt schauen, dass wir einfach solche Partien früher entscheiden, weil sonst werden wir viele Punkte leider liegen lassen. Ja, durch kleine Fouls, durch kleine Standardsituationen sind die immer wieder so im Spiel bleiben. Und bei 2-1, 1-0, das ist einfach ein sehr gebrechliches Ergebnis. Und dann kann immer mal eine reinrutschen und das ist leider zweimal passiert. Und ja, wir haben es verabschieden, einfach klar, konsequent zu Ende zu spielen. Das ist alles. Ich glaube, dass wir dann einfach das mal einfach nicht geschafft haben, uns dann einfach so zu befreien, dass wir dann einfach trotzdem die Konta aussetzen können. Es will jeder, es zieht jeder mit. Es macht Spaß und da ist sicher noch einiges an Potenzial drinnen. Und ja, es macht einfach Spaß mit der Mannschaft und ich hoffe, wir fahren dann auch konstanter die Siege ein. Wir sagen kein Risiko und spielen dann trotzdem hinten die Bälle kurz. Ja, das ist einfach so gesagt, das müssen wir einfach abstellen. Dann werden wir solche Partien hoffentlich dann öfter mit drei Punkten beenden. Wir merken, dass wir einfach noch einen Weg vor uns haben. Und ich glaube, dass jetzt alles vergessen ist, was mal irgendwie war. Das ist nicht einfach. Wir sind irgendwo noch am Anfang in einer Entwicklung. Das sieht man. Wir zeigen es, dass wir es gut können. Absolut viel Potenzial, aber das Potenzial wollen wir auch abrufen können und uns verbessern und Spiel für Spiel Schritte nach vorne machen. Ja, letzte Woche haben wir wieder einen nach vorne gemacht, der ersten Sieg, der ganz wichtig war. Aber heute wollten wir nachlegen und das haben wir einfach nicht geschafft. Wenn du die Fans im Rücken hast, wenn die aufstehen, klatschen, wenn sie einen Wirbel machen. Das ist für jeden Kicker super und wir sind ja in der Liga, haben wir wirklich sehr gute Fans und hoffentlich bleibt es auch dabei oder werden in Kürze vielleicht auch noch mehr ins Stadion dürfen. Das wäre natürlich ein Traum und das ist auf jeden Fall ein Faktor, der uns sehr bereichert.